Also nicht bei Crash Nova, sagen wir so, sagen wir so, fünf Kilometer oder mehr entfernt. Das ist halt, wenn du guckst bei der Spitze da unten. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon, wo Kamerovo ist. Aber dass da eine Crash-Site ist, interessiert mich gerade. Was ist Crash-Site? Ein gecrashter Heli oder ein gecrashtes Flugzeug. Sobald ich das gesehen habe, hieß es Aircraft. Warte mal. Was ist Aircraft? Flugzeug, Aircraft. Könnte allerdings auch Helikopter heißen, kein Plan. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Oh, ich hab ne gelbe Kette. Ja, ich auch, lol. Runter mit dem Heli. Scheiße. What the fuck? Mein Heli fliegt noch. Aber er ist knapp über dem Boden, sagen wir so. Ne, ne, der ist weg, der ist verloren, ist ganz vergessen. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, bis dann. So, Freunde, da sind wir schon wieder. Ja, wir hatten jetzt hier gerade leichte Schwierigkeiten mit dem Server hier. Also, es war so, der Server hat gerade unangekündigten Restart gemacht. Simona war noch in der Luft. Und Heli von ihr ist jetzt weg. Also, Remibert ist explodiert. Aber Simona Wolff hat so gut überlebt. Ich stand am Boden plötzlich. Ja. Einfach so. Ich hab jetzt nochmal ein paar Steine gefarmt. Die waren dann natürlich weg. Die lagen ja nur da rum. Ja. Und bin jetzt gerade auf dem Weg zu Simona. Oder wie du bleibst. Bleib stehen, bleib stehen. Genau, bleib bei dir zu genau so stehen. Bei einem einen Hatchett. Scheiße, der war ein Ding. Jutta, leise zu AK wechseln. Kann auch mal ein E-Bahn kommen, hier ist langweilig. Ja, Alter. Ich höre ein Heli. Ja, das bin ich. Aber ein dumpfes Jahr. Das bin ich. Lande oder als ich hoffe, es ist was gut. Die Bäume sehen kaputt aus, gerade irgendwie. Siehst du den Heli da hinten? Alter, wie laut ist der Mann? Ja, ziemlich laut. Ich verstehe ich hier kein Wort. hat 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 ich höre immer meine eigene schüssel so laut ist das erlacht so ja gut hier steht auf jeden fall die mie gut dann 6 kreiser engine avionics v und h rota alles klar er hat schon wieder die türen aufgemacht hier muss denn irgendwann mal anzeigen der machte immer die türen auf deswegen fliegen die ganzen sachen raus ich frage mich aber warum irgendwas fehlt wo ja im heli aber irgendeiner machte man die türen auf mir fällt was raus ich dachte schon was machen wir jetzt ja sachen für den heli sammeln dann doch schon ein paar ja ja das hat er mit einer in die wir schon mal die engine haben wir schon mal und scrap metal haben wir sicher auch genug und screen glass haben wir drei da fehlen halt jetzt noch drei gläser dann könnten wir das ding eigentlich wieder flott machen ich baue schon mal wissen was eines klaut ja hier keiner ja gar nicht jetzt hat er sich auch mit helfen siehst du den lillipod wo du auch was ist ja ich sehe ihn da vorne da ist sein grab er hat sich selbst sein grabstein gebaut da drin was sport was drin wo denn in den häusern da ja klar natürlich aber pass auf die zombies auf ich gehe da nicht rein in der bestimmt drin dann brauchen wir alter mehr viel zeug tun wenn ihr seid da so rennt schnapp mir meine granate ich muss die weitwerfen schatz wo war das ganz schön weiter hinten na gut und kann sagen bei sowas gehen hier ist ganz schnell mal kaputt ich habe noch mal plus und mitbekommen ich steppe hohen ich steppe alle glück hat meine muni aber ich gehe so gern kommen äh bleib hier cheater so ähm okay drei gläser und ein haarunter dann können wir das ding wegfliegen ich würde schon sagen abfliegen beim abfliegen ich schläge mit dir mit ja klar wie willst du sonst machen ne renn schau dich renn vor ey alter was das waren meine zwei hatte schon voll oha zielt oha wie laut ist das denn das ist noch lauter das ist noch lauter als der heli nee nee alter womit schießt du mit einer g36 what alter jetzt stirbt man hier das geht's ja nicht komm rein mit uns ich sitze ich gehe rein das wird nicht so laut ja ich will vorne zu dir bist du nicht bei mir nö ich sitze hinten oh ich kann dir ja die tür aufmachen nee kann ich gar nicht alter hier drin ist es sogar noch laut ich glaube hier muss man bisher was runterdrehen macht das also laut fahrrad ich verstehe kein Wort sag was hallo 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 ich drücke immer um rauszukommen oh gott das ist alter das ist hier so dermaßen laut mann ja ich hab meine effekte fast komplett ausgott muss ich insgesamt bei meinem Hetze noch ein bisschen lauter drin und jörg sag was was soll ich denn sagen ich muss hier immer was sagen hei 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 so mehr sag ich nicht ok ich sag noch ein bisschen was aber mehr gibt's ja nicht du bist ja immer noch ein bisschen leise ja das liegt da weil ich grad nicht rumbrille Brücke ah jetzt verstehe ich dir jetzt hab ich ja fast alles ausgelassen ey kann man jetzt nicht landen wo hinten landen durch den Schiff doch kann man aber aber langsam weil da Brücke ist weil jetzt unten fliegst du wofür fliegen wir überhaupt denn wir fliegen allerdings nach äh äh chernowat zum Luten du wolltest doch jetzt Sachen suchen aber jetzt fliegen wir erstmal zum Dings zum Schiff nochmal schauen ob man da landen kann dann hatte wo war das denn halt mal ausschau äh da vorne ist es äh da vorne geradeaus geradeaus das sollte man lieber mit einem mit einem kleinen Lön wird ach was du weißt das Ding halt nicht mehr kein Plan warum heißt die Chui Chui und jetzt links sehen sie die Titanic in klein schau da vorne da müsste es doch gehen oder nicht na klar geht es zu landen oh 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 da ist eine Spitze boah weiß ich glaub das klappt ja ja ganz weit genau schön so von vorne rein bin geübt ok lieber mit Autohuber kein bock äh alt vergessen oh da ist eine pure Kante ach das geht das geht das geht der Schwanz ist hoch genug ja ja mein Schwanz ist hoch genug ähm Entschuldigung nichts passiert get out ich klupsch um ja jetzt komm ich auch mit klubschen wer wenn er jetzt plötzlich so einpissig kommt wenn wir schon mal hier sind dann kann man sich auch umklubschen das sieht aber nicht gerade toll aus hier voll lange ich werde die Animationen lassen zu wünschen übrig ich empfehle dir nicht die eingezogen wow alter weißt du ob du dich nicht mehr stehen geblieben heieiei wehe da geht es auch nicht runter da bin ich sauer nö boah ist doch kacke ich glaub man kann auf bestimmten landen oder und da gibt es was vor allem da wird es nicht mehr hoch kommen ich würde ja sagen sonst glitschig da ist schnell runter und dann werde ich wieder hoch aber da komm ich nicht mehr da ist ein boot wo ist ein boot da ist ein boot leute jetzt driver tschüss kannst du mir äh engine oh alles vergessen also da ist ein boot da ist ein boot kannst du mir mal die äh das auffüllen ein bisschen ja warte da ist die engine schon orange aber warte mal kommt man hier wieder hoch ne da kommt man nicht wieder hoch ne da ist ein seil da sieht so aus wie ein seil warte bleibst du stehen bleibst du stehen vielleicht kann ich da ein refill machen schon äh remove engine magst du da runter fliege ey ist ein seil ja trotzdem ich will nicht dein heli hier dann hier stehen haben und kacke warte mal ich leg's dir ins gear rein und dann musst du halt irgendwo hinfahren ah hier ist sogar ein winzling glas drin lol und ein dmr mark achso das hab ich dir grad reingelegt ausgesehen ups ok ich hab sie ja das ist sogar ne wie mach ich das jetzt guck mal ja gar nicht dann musst du jetzt entweder versuch mal mach mal get out aber dann bist du wahrscheinlich im wasser da will ich nicht das musst du aber trotzdem gehen mach mal get out das geht schon glaub mir mach get out so warte ich tu erstmal alle meine Sachen da rein meine wache zumindest mit den ganzen munitionen jetzt gibt es den Hedger und dann ist vorbei die wichtige Sachen tüfe aber ich schieß dir ins Boot dann macht's pfff ok du bist im Wasser ähm schau mal jetzt zum Boot und dann versuchen ob du da refill machen kannst äh get to driver weil du da fasst voll alter ja klar schlappe ich mir dich wieder ja dann haue ich mal wieder ab gell du bist wahrscheinlich nicht mit oder ich versuch so mit hehehe kann ein bisschen länger ich fahr fort zum Ufer wieso fahr doch zum Dings nach Genova ja das wäre ja 6.000 die meine ich ja ja dann hau ab schnell du hast vorsprung Boot gegen Heli Leute das größte Duell aller Zeiten da fährt fast 400 da läuft da drüben ja ich geb dir jetzt das ist leicht im Arsch also ich so schnell werd ich nun auch nicht oder? naja das geht das Ding geht schon ganz schnappt dafür dass es ein blödes Boot ist äh ja das wär ich schon schaffen mit 50 kmh wie viel? 50 langsam steigend war gut 50 ist eher schnell also wenn du im Heli 50 fliegst das ist schon tschüss hehehe ich geh hoch auf langsam hoch auf 60 ne weil das Ding kaputt ist geht's voll chillig jetzt so gemütlich geh nächste Landschaft trinkst einen Tee und dann landet ein Heli auf dir aaaaaaah Brot auf dem Wasser am Brot packen voll hast du ne neue Quest bekommen damit wir wissen wo die sind? nö wollt du dich zwingen zu der Stelle? nö uaaaaaah Schatzi oh 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 ich bin still da wie du scheiße nein liegen geblieben äh ich geh mal du äh das Maximum von dem Boot ist 56 aber ich glaub du halt die Engine leichte marschen hättest du mir nicht noch eine Engine ins Ding rein tun können? ich puste dich gerade wieder zurück Schatz das ist das Problem warum du so langsam bist nö 56 bleibt ich glaube bei mir flieg ich 60 und bin ziemlich genau ok jetzt werd ich grad schneller uaaaaaah das ist so geil mit dem Boot uaaaaah das ist so nervig geil uaaaaaah ey hier geblieben ich hab übrigens 3870 ok wie viel bekommt man Ding? 6000 glaub ich ist die nächste Stufe uaaaaaah ich fühl mich so langsam wenn du einfach fliegst Entschuldigung das macht der automatisch manchmal da kann ich nichts gegen tun was ich eigentlich auch bin auch bis an der Engine liegt dass ich so langsam bin ne der fährt einfach nicht schneller du musst bedenken das ist ein Boot Schatz ein Boot ja und? keine Rakete ja und? der Auto schwert auch schneller ja Auto Auto musst du ja auch nicht übers Wasser da hinten ist ein Schiff ein Boot ist hinten ein Bunker? ja ich schnitt jeder mal schnell uaaaaaah was ist denn mit dem Boot kannst du driften? ja ja in dem Boot kann man richtig geil driften ich sollte vielleicht nicht so mit Vollgas da hinfahren ne da bremst du stark ich weiß gar nicht ab wann das Land kommt hier mit dem ich so abdriften kann pass mal bitte auf mich aus dass hier keine NPCs sind sind sie nicht hoffentlich das müsste jetzt gehen oder? ja ja gut gut Glück gibt es hier mehrere schau mal da rum ja auf der anderen Seite gibt es noch einen aber das nix vielleicht wäre ich mit dem Boot her gefahren ne schau ganz genau nach diese Pumpe die sieht wirklich die sieht man kaum die liegt irgendwo in der Ecke vielleicht wäre ich mit dem mit dem Boot gekommen vielleicht deshalb ne 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 Pumpen sind immer da das habe ich schon getestet das haben wir schon ich renne mal schon auf die andere Seite ja ich flieg auf die andere Seite und nehme dich dann wieder mit zurück warum? dann renne ich wieder zurück dann ist da vielleicht jemand gespawnt äh dann flieg ich schon mal nach dann flieg ich schon mal nach turnover ich kann nicht gebrauchen wo soll ich denn reinladen? hm? das ist mein Schutz ich hab Angst allein vor allem bei NPCs das sind keine NPCs keine Sorge wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß ich bin auf der anderen Seite und sie sind irgendwo da am Strand ist noch einer woher fliegt da ja nein ich bin schon fast bei Geno aber ich bin 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 berlin dann ist hier nicht jetzt anstreichen knapp ich bin Ali ich bin nun ich bin im mit auch nicht was ein Ziel und noch das ist etwas weit weg und nicht gefunden komm schneller ich habe auch nicht zu trinken dabei steht da ist bei dir jetzt dran na da fahren wir jetzt noch ein Glas was kann eigentlich noch alles in einem Punkt transporten außer Pumpen nichts dass ich wüsste da ist nur das auf jeden Fall Pumpen transporten was für ein Bauplan braucht man eigentlich wenn man eine Flying Fortress noch will gar keinen da musst du die Flying Fortress zusammenbauen mein Heli hat gerade vielleicht rumgespackt oh 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 Schatz what the fuck oh oh okay ich glaube war das bei dir gerade oder bei mir bei mir ist es okay ich bin am Boden alles gut ich bin am Boden du 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 ja ja okay alles gut da war gerade nix drin ja ich weiß ja gar das ist das ist immer ziemlich kompliziert mit den Dingen so okay alles leer keine Zombies da gewesen bis jetzt Türen alle zu also perfekt wann gehen eigentlich die Türen zu wenn man aus der Stadt raus ist und keiner mit drin ist oder nach Rüstert? nach Rüstert erst wieder dann bleiben sie so lange offen ja aber das aber das ist immer so eine gute Anzeige wenn du siehst wenn du kurz nach dem Server Rüstert kommst und siehst die Türen sind schon offen dann weißt du hm da ist irgendjemand in der Nähe lieber nicht und wenn du siehst dass Zombies da rumlaufen dann kannst du gleich wieder abhauen es sei denn du bist zu mehreren und weißt sicher dass du den fixst aber das ist immer so ein Risiko das ist immer ein Risiko ja wenn du ihn kennst selbst dann ist es immer ein Risiko ne wenn du wenn du auf Maps schaust und siehst aha das ist der ich weiß dass ich mich nicht tue wir sind befreundet ne der weiß wie ich aussieht ich weiß wie der aussieht und dir bei uns älter sind und dann geht's ich bin zu meinem Boot wieder du weißt doch du weißt wie lange es dauert dass ich dahin gerannt bin kann ich mir vorstellen ein Rügel sind mit ich bin ja 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 über die ganzen über die ganze Insel so da haben wir noch mal ein Scrap Metal ich glaube Scrap Metal brauchen wir langsam nicht mehr mitnehmen ne ne mit Alter ich höre dir vor die Hülle ist orange und vor allem stimmt vor allem äh bei Dings vor allem wenn wir die Fortis haben wollen später mal müssen wir sowieso extrem viel Scrap Metal okay ich war jetzt zweimal bei dem einen einmal bei dem anderen und jetzt zweit zu dir wieder jetzt ehrlich das nicht nur zu lang